Bereits zum sechsten Mal seit 1996 finden in Hungen in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Horloftal-Hungen e.V. die hessischen Meisterschaften im Voltigieren statt. Voltigieren, das ist Touren auf einem galoppierenden Pferd. Und trotz Temperaturen jenseits der 30 Grad fanden am 4. und 5. Juli zahlreiche Zuschauer den Weg nach Hungen, um sich die Mischung aus Akrobatik, Touren, Tanz und Reiten anzuschauen. Gestern war die Resonanz auch für einen Samstag schon sehr gut für den ersten Umlauf. Dann würde man sagen so zwischen 350 und 400 Zuschauer. Und heute hoffen wir, dass das Haus voll wird heute Mittag und erwarten zwischen 500 und 600 Zuschauer. In insgesamt fünf Kategorien, unter anderem dem Einzel- und Gruppenvoltigieren, konnten die in der Mehrzahl Teilnehmerinnen Titel gewinnen und sich außerdem für weitere nationale und internationale Wettbewerbe qualifizieren. Was das Besondere am Voltigieren ist, weiß Svenja Imhoff, die in der M-Gruppe das LAF vor Hungen antrat. Das ist das Teamfeeling zum einen, dass man immer ganz viele Leute um sich rum hat, alle zusammen sind, dass man ganz viele Muskeln beansprucht und dass man einfach ganz vielseitige Sachen macht und vor allem auch mit dem Pferd umgehen muss. Auch Anne-Rose Dobler, die bereits seit 1990 an Wettkämpfen teilnimmt und in diesem Jahr bereits zum siebten Mal die Einzelwertung der Voltigierer gewinnen konnte, ist von der Stimmung in Hungen begeistert. Es sind super viele Zuschauer da, eine tolle Stimmung, ist ja auch in der Halle sehr schön, haben viele Zuschauer Platz und die Gruppen unterstützen sich untereinander immer gegenseitig ganz toll. Das finde ich sehr schön und das ist ja auch das, was Voltigieren ausmacht. Und so gab es an diesem Wochenende in Hungen nicht nur Pokale und Auszeichnungen zu gewinnen, sowie die Möglichkeit, sich für weitere Turniere zu qualifizieren, sondern vor allem, um es mit der Turnierleiterin Ulla Dietz zu sagen, für das Herz was Belebendes.